Ich bin beschäftigt bei der Firma Lehrer & Graf, 1926 begründet worden von Anton Lehrer. Seit 1964 in Besitz der Familie Graf mit Hauptsitz in Gmünd. Wir haben ein breites Spektrum in Arbeitsbereichen mit Hochbau, Tiefbau, Energie im Telekom und dem Holzbau. Meine Position ist Lehrling. Ich bin im zweiten Lehrjahr und bin Zimmerer. Meine Tätigkeiten gehen von Werkzeugherrück in der Früh bis zum Siegen mit der Motorsäge. Ich bin Bauleiter im Leitungsbau und meine Aufgaben sind Projektabwicklung. Das heißt, ein Baustell mit dem Auftraggeber gemeinsam abwickeln im Sinne von Materialbestellung, Koordinierung von Personal, Termine halten, Abrechnung und dann das Gewerk ordnungsgemäß und mangelfrei und dem Auftraggeber wieder übergeben. In meiner Abteilung, wo ich den Beruf Bautechnischer Assistent erlerne, geht es darum, Glasfaserausbau, Aufmaß zeichnen, Einbauten ansuchen, das ist so das Gängige, was ich mache. Ich bin beschäftigt als Bauleiter. Mein Aufgabengebiet liegt darin, die Abwicklung der Baustelle vor Ort, die Nähe zum Kunden und die Kalkulation bis zur Abwicklung, sprich zur Abrechnung. Benefits für die Lehrlinge gibt es die Handyprämie nach drei Monaten Lehrzeit. Dann gibt es auch die Möglichkeit, einen gratis Führerschein zu erhalten. Und wenn man sich in der Berufsschule gut schlägt, dann gibt es da auch Belohnungen. Es gibt auch bei uns ein betriebliches Gesundheitsmanagement, abgezielt auf diverse Schulungen, sportliches Angebot, gesunde Ernährung, Impfungen, Betriebsärzte. Man kann sich sehr gut weiterentwickeln. Ich habe zum Beispiel als Techniker angefangen bei Leiter und Graf, bin dann nach ein paar Jahren aufgestiegen zum Bauleiter und darf mittlerweile seit zwei Jahren in Lehrlingsbeauftragten bei uns in der Firma übernehmen. Also die Karrierechancen sind offen in alle Richtungen. Die Lehrausbildung ist bei Leiter und Graf deswegen besonders, weil man sie mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Erfahrung macht. Meistens sind es Bauleiter, Poliere, Facharbeiter, die aus der Karriere genauso bei der Firma Leiter und Graf begonnen haben und die wissen, was darauf ankommt. Und sie gehen dann nach der Lehre bei uns raus und wissen auch, wie man die Arbeit richtig angeht und wie man das am besten schnell und einfach abwickelt. Wenn ich an Leiter und Graf denke, sehe ich immer ein sehr zielstrebendes und sehr genaues Unternehmen vor Augen. Und was ich auch immer sehe, wenn ich am Arbeitstag zurückschaue, was wir gebaut haben, dass ich auch sehe, was wir erreicht haben. Leiter und Graf ist für mich ein zuverlässiger Arbeitgeber. Ich bin jetzt mittlerweile schon im 8. Dienstjahr und habe immer Freude am Beruf gehabt. Das hat für mich bis jetzt auch immer passt.